Künftige Generationen eine bessere Welt zu hinterlassen, das ist in meinen Augen die größte Herausforderung unserer Zeit. Jedes Jahr am 22. April, am World Earth Day, setzen wir als Weltengemeinschaft ein besonderes Zeichen gegen den Klimawandel. Als CEO eines der größten Unternehmen der Welt nehme ich diese Verantwortung sehr ernst. Invest in our planet, lautet das Motto des diesjährigen Earth Day. Wir bei Volkswagen tun dies wortwörtlich, indem wir 52 Milliarden Euro mehr als jeder andere Automobilhersteller in die Zukunft individueller, emissionsfreier Mobilität investieren. Und wir sind auf dem richtigen Weg. Die Elektromobilität ist die beste Lösung für nachhaltigen Transport. Der Anteil an verkauften Elektrofahrzeugen steigt stetig. 2022 waren es schon fast 7%. Bis 2030 sollen es beispielsweise bei Porsche mehr als 80% weltweit sein, bei der Marke Volkswagen 80% in Europa. Dabei denken wir die Ladeinfrastruktur mit erneuerbarer Energie gleich mit. Bis 2025 bauen wir in Europa rund 18.000 und weltweit etwa 45.000 Schnellladepunkte. Unsere Verantwortung geht jedoch darüber hinaus. Wir gehen das Thema Nachhaltigkeit ganzheitlich an. Wirtschaftlich, ökologisch und sozial. Ein wichtiger Gestalter sind dabei wir selbst. Deshalb unterstützen wir bei Volkswagen den internationalen Earth Day, in dem jeder Einzelne von uns eine Stunde seiner Arbeitszeit in die Bekämpfung des Klimawandels investiert. Die ersten beiden Project One Hour waren die größten Klima-Workshops, die je ein Unternehmen veranstaltet hat. Ein großer Erfolg. Diesen Erfolg möchten wir fortsetzen. Mit dabei in diesem Jahr unsere Händlerbetriebe mit ca. 500.000 Beschäftigten weltweit. Gemeinsam sind wir damit über eine Million Köpfe für den Klimaschutz. Ich lade Sie herzlich ein. Lassen Sie uns noch mehr sein, gemeinsam mehr tun und mehr investieren in die Zukunft unseres Planeten.